In den Ballgastshallen wird mir am meisten bewusst, wie wichtig mir meine Heimat ist, weil ich dort meiner Familie und meinen Freunden am meisten zusammenkommen und mit ihnen einen schönen Abend. Hier bin ich aufgewachsen. Das gefällt mir hier, weil es ist schön groß und es ist eigentlich immer was los. Außerdem wohnen meine ganzen Freunde und meine Familie hier und das ist es doch was Heimatloser. Vielen Dank.